Dienstag ist, meine lieben Freunde, und das Kult-Duell der Woche, das zu sehr stärkste, reichweitenstärkste, quotenstärkste Duell, wartet heute ab 21.30 Uhr, die genaue Startzeit folgt. Ja, es sind spannende Themen. Der Krieg in der Ukraine, nämlich der Krieg zwischen Zelensky und Wladimir Gitschko über das Eingeständnis des Scheiterns der Ukraine. Und was uns das in Europa die letzten bald zwei Jahre gekostet hat. Hamas-Terror geht weiter, die Vergewaltigungen in Israel, nicht zuletzt die Diskussion in Österreich, in Deutschland, sind die Klimakleber eine terroristische Vereinigung. Also, ihr könnt euch sicher sein, es wird heute spannend, ab 21.30 Uhr jeden Dienstag, das Kultuell des deutschsprachigen Raumes. Sebastian Bornmähner gegen mich, ich gegen Sebastian Bornmähner.